Also ich bin in einer geteilten Stadt Berlin geboren und ich war Anfang 30, als 1989 war, ein für mich ganz wichtiges Jahr, weil da mein Sohn geboren wurde. Ich habe mich total gefreut, dass die beiden Teile Deutschlands, die völlig unnatürlicherweise so viele Jahre auseinander waren, wieder zusammen kamen. Ich hatte familiäre Zusammenhänge, viele Freunde in der ehemaligen DDR und für mich war das ein wunderbares Jahr, diese friedliche Revolution mit diesem positiven Ende.